Schon wieder wird Königin Laetitia übel angegriffen und verleumdet. Auf dem Spiel steht ihre Ehre. Wer will ihr schaden? Wir kennen die Hintergründe. Königin Laetitia, zum Hochzeitstag aus dem Hinterhalt attackiert, wenn's um Kugeln, Klingen und Gift geht, ist Königin Laetitia geschützt. Doch auch Worte können Waffen sein, und ihnen ist die Monarchin hilflos ausgeliefert. Ausgerechnet an ihrem 20. Hochzeitstag wurde die Spanierin aus dem Hinterhalt attackiert. Nicht ihr Leben geriet in Gefahr, wohl aber ihr guter Ruf. Die Zeitung El Nacional erhob zum Jubiläum einen ungeheuren Vorwurf, die Königin habe ihren Mann Felipe VI. schamlos betrogen. Pikant, die Königin verführe ihre Leibwächter, bereits im vergangenen Dezember behauptete Laetitias Ex-Schwager Jaime del Burgo, dass die damalige Prinzessin 2010 fast mit ihm durchgebrannt wäre. Nun legt El Nacional nach, ganzen neuen Affären, inklusive del Burgo, unterstellt die Zeitung der Monarchin. Unter den Romeos befanden sich angeblich ein Kampfflieger, ein Reporter und ein Fitnesstrainer. Dabei wird nicht ausdrücklich gesagt, dass die Liebschaften in die Zeit von Laetitias Ehe fallen. Pikant ist aber die Aussage, dass die Königin ihre Leibwächter verführe. Zwei Bodyguards hätten weit mehr getan, als sie nur zu beschützen. Ist Laetitia Opfer von politischen Feindschaften geworden? Auch über sexuelle Vorlieben wird fantasiert. Gerüchte, die nicht wiederholt werden müssen und deren Kolproteure nicht über jeden Verdacht erhaben sind. Jaime del Burgo soll Kontakt zu politischen Kreisen haben, die König Filippes, und damit Laetitias, Feinde sind. Die Zeitung El Nacional ist in der Region Katalonien beheimatet, die mit der spanischen Zentralregierung, und damit natürlich dem Königshaus, im Klintsch liegt. Laetitia ist also das Opfer dieser Feindlichkeiten geworden, und kann so gut wie nichts dagegen tun. Die Zeitung El Nacional ist in der Region Katalonien beheimatet, die Sie nicht mehr auswählen.